Willkommen zurück bei Let's Play Chaser. Wir sind jetzt oben auf dem Löchthurm, haben nur dieses schöne Sniper, oder? Ich bin jetzt oben auf dem Löchthurm, und ich bin jetzt oben auf dem Löchthurm. okay ach du kacke ich liebe unterwasser level so Neu, steck fest. Wo ist das nächste Licht? Das letzte sei schon. Wäre schön, dass das letzte wäre. Hier komme ich gar nicht weiter, so wie es aussieht. Okay. Hallo. Spiel, hallo. Hä? Ähm... Muss ich da evtl. rein? Oh man. Ich blick schon wieder gar nicht durch. Ah, ich muss da rein. Oh shit, wie wurde die Tropfen? Oh shit. 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 Boah, dieses Level ist verwirrend. Ah, Mist. Ah, das ist wohl hier. Oh Mann. Also die Steuerung ist auch für ein Popp ist hier unten. Ich weiß ja mal wieder. Ah, das ist wohl hier. Ah, das ist wohl hier. Man muss sich hier echt konzentrieren. Warum baut man überall überhaupt diese U-Boot-Dinger? Ein Schifffrack drin. So, jetzt müssen wir erstmal das nächste Licht finden. Wir müssen von... ...da gekommen sein, oder? Ne, weiter da oben. So hier irgendwie. Ja. 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 Oh, noch ein zweiter Teil davon. Hallo? Mir fehlt ein gelbes Lichtlein. Oh, unsere Armour ist ja auf immer extrem runter. Ah ja. Da ist ein Geweslicht. Da ist das nächste Gelbe. Da ist ein Geweslicht. Alter, das nervt. So, wo soll das nächste Gelbe sein? Wahrscheinlich wieder im Schiff hier, oder? Na gut, gucken wir uns da mal in der nächsten Folge auf dem Spitzbrett nicht. Bis dann! Da ist ein Geweslicht. Da ist ein Geweslicht. Da ist ein Geweslicht. Da ist ein Geweslicht. Da ist ein Geweslicht.